I like it. Das sieht schon so aus, als könnte es richtig, richtig geil werden. Wie gesagt, ich verfolge Ashes of Creation schon seit Anfang an. Also seit der Kickstarter losgegangen ist, mir als erst den ersten Livestream angeguckt gehabt. Den allerersten Livestream. Und ich wollte mal wissen, was das so ist. Und die haben halt so überzeugt beim ersten Livestream, dass die da wirklich, dass der CEO da gesessen hat, dass da Entwickler mit dabei gesessen haben, etc. Das hat mich sofort überzeugt. Und hat mich sofort quasi dort mitmachen lassen. Sodass ich halt von erster Stunde aus schon dabei war. Also, ich habe jeden Livestream gesehen. Soweit ich mich daran erinnern kann. Vielleicht manchmal nur ein bisschen durchgeskippt, wenn halt wirklich, da war, es war eine schwierige Phase vor dem, ähm, ähm, äh, vor dem Unreal Engine 5 Livestream. 2022 war das, glaube ich, im Dezember. Davor war eine schwierige Phase gewesen für Ashes, wo wirklich sehr viel kosmetisch nur vorgestellt wurde und sehr wenig, ähm, actual Content. Äh, da kann es sein, dass ich einige vielleicht mal einfach nur so durchgeskippt habe. Aber ich habe so ziemlich fast jeden Livestream gesehen und bin, ähm, einfach nur hellauf begeistert von dem Game. Ich habe, äh, schon Alpha 1 gespielt und, ähm, Alpha 2, ab dem Zeitpunkt sind wir voll dabei und gehen da voll rein. Hundertprozentig. Ähm, ich hoffe, wir werden da guten Content rausbekommen. Und ich hoffe, wir werden actually sehr viel helfen können, das Spiel einfach zu einem richtig, richtig, richtig geilen MMO zu machen, wie es so leider gerade im Moment nicht existiert. Wir gehen übrigens durch alles durch, ne? Äh, also, ähm, just saying, äh, wir gucken uns den kompletten Livestream an. Ich gucke mir jetzt nicht nur das Ding an, weil ich den kompletten Livestream immer gerne gucke, weil ich auch die Reminders gut finde. Ich finde auch Studio-Updates, finde ich, äh, finde ich genauso super, dass wir die, ähm, dass man da ein bisschen informiert wird, wie das mit dem Studio abgeht, weil das sind halt immer so Faktoren, die mit reinspielen, ob es ein gutes Klima für das Game ist. Ne? Wenn man ein MMO machen will, dann sollte man das genau so tun. Man sollte genau so offen mit seinen Spielern sein und den Einblick geben in das, was man dort überhaupt macht, ob das überhaupt den Spielern gefällt oder nicht. Sei nicht bei jedem Game, definitiv nicht. Ähm, es gibt einige, da wird sich das wahrscheinlich eher weniger anbieten, beziehungsweise, ähm, da sollte man das vor verschlossener Türe halten, um möglichst viele Leute auch zu überraschen. Aber bei MMOs definitiv nicht. Ich denke, bei egal welchem Online-Game sollte man, man sollte seine Community mit einbeziehen, weil dieses im Nachhinein, die dieses Spiel zusammenspielen muss und da sollte alles passen. Da sollte jetzt nicht dran gespart werden an Kommunikation. Die haben schon gesagt, dass mehrere Samanas zusammenarbeiten können. Zumindest war das in den älteren Livestreams so, ähm, dass sie zusammenarbeiten können, um irgendwas zu beschwören. Ähm, und das da hört sich ultra heftig an, aber eigentlich auch nur Siege Mechanics. Also, dass da mit diesem Ice Storm und mit dem, äh, Giant Golem, das sollten maximal in irgendwelchen Raids vielleicht als Gimmick, dass man das machen kann und in Sieges, aber bitte nicht irgendwie in der Open World, dass man da irgendwie in den Ice Storm oder so casten kann. Ähm, weil meistens wird's das wahrscheinlich eh nicht so wirklich bringen. Außer, wenn's da irgendwie einen Spot gibt, wo man ganz viele Sachen farmen kann und ich glaube also, in der Open World sollen sie es eher nicht machen. Finde ich sehr nice, dass man quasi seine Sachen mit anderen kombinieren kann. Und das wäre ja dann das quasi gesagt, dass Samanas halt hingehen können und können miteinander halt interagieren und können dann halt irgendwie was machen. Und das da hörte sich jetzt ein bisschen pessimistischer an. nicht so, ja, safe machen wir das, sondern eher so ein, ja, die, das Ability System kann das, aber wir arbeiten gerade nicht da dran. In Ashes Fall jetzt wahrscheinlich ein bisschen was anderes, weil's ne, für Ashes entworfene Technologie ist, geh ich einfach mal davon aus, ich geh, also, die werden das von Ground Up halt quasi aufgezogen haben, ne, das wird so kein anderes Game haben. Ähm, aber so kriegt man halt mal so einen Hintergrund, wie das dahinter funktioniert. Und wenn dann mal was schief geht, wenn, wenn ihr mal in der Queue hängt oder was weiß ich, dann habt ihr zumindest ne Ahnung oder irgendwas, wo ihr sagen könnt, okay, die haben das mal gezeigt, ich weiß ungefähr, was deren Server machen, vielleicht ist es dann sogar verständlicher, wenn der Server sich so verhält, wie er sich gerade verhält. Äh, also, ich denke, das ist auch ein guter Part in Richtung Community, zu sagen, okay, wir zeigen euch, wie funktioniert das Backend so ein bisschen, damit ihr ein bisschen mehr Verständnis habt, wenn wir gerade Probleme haben. Da fragt ihr jetzt genau richtig, ob das ein Design Pillar ist, weil wenn das ein Design Pillar ist, dass sie kein Instancing haben wollen, kein Layering oder Sharding oder Standard Open World Gameplay, dann kann ich jetzt schon sagen, das wird massive. Das wird ja, das ist ja so heftig für das umzusetzen. Weil wenn ihr jetzt mal so bedenkt, denkt mal an all die MMOs, die ihr gerade spielt. Denkt an all die MMOs. Ich fange mal an. Fangen wir mal an mit Was wäre das beste Beispiel? Lost Ark. Lost Ark hat Channel. Das heißt, du hast Sharding oder Layering. Du hast WoW hat, glaube ich, soweit ich weiß, auch Channel. WoW hat Instances. Lost Ark hat Instances. Und nein, das MMO braucht nicht noch 5 Jahre. Nein. Nein. Das wird, das kommt demnächst in die Alpha 2 und dann sehen wir von da aus. Also, ich gehe davon aus, 2026, entweder Mitte oder Ende 2026 kommt es raus. Da lege ich so meine Hoffnungen rein. Aber wenn es länger dauert, dann lauert es halt länger. Ist halt so. Fertig ab. Also, wie gesagt, das da, nur Instances Layering, Sharding in Standard Open World Gameplay, das ist hart. Das ist heftig zu machen. Gut, aber also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Server, wo der Aktor handelt, repliziert zu seinen quasi danebenliegenden Servern anders hin und die replizieren das zum Spieler, die da drin sind, aber halt nur als Copy von dem, was auf dem Hauptserver abgeht. Also, wo halt die Entity gerade wirklich ist. Jetzt ist aber noch meine Frage, okay, das wird vielleicht noch erklärt, aber wenn jetzt 500 auf dem einen sind, die, oder spalten die das wirklich dann einfach pro Spiel auf. Was aber auch wieder sehr viel Overload ist, oder? Ah, ich bin gerade noch, ich bin gerade noch ein bisschen, muss noch ein bisschen sortieren. Aber vielleicht ist es dann so wenig Load, weil man genau kontrollieren kann, was halt rüber geschickt wird, ne? Weil halt nicht der, weil halt nicht der actual, also die, die, die richtige Entity abgebildet werden muss, weil es halt wirklich nur ein Proxy ist, dass man dann halt irgendwie die Load verringern kann. Weil vielleicht Unity, oh, das, äh, weil Unity vielleicht zu viel Network Load quasi von einem Actor ausgehen lässt. Kann das dann vielleicht der Fall sein, dass Unity einfach extrem viele Measurements, sag ich mal, schickt. Und dass man so halt dann kontrollieren kann, dass man nicht alles Richtung Server B transferieren muss, sondern halt nur wirklich die wichtigen Sachen. Das, äh, wäre interessant, ja. Also, wie gesagt, noch die, die, die Frage ist halt, wie es wirklich mit diesen großen, großen, großen Spielaccounts aussieht. Ob da jetzt wirklich nur 200, äh, rumrennen können, oder die 500, die sie, äh, die sie gesagt haben, die sie unterstützen, ne? Also, das macht halt nur einen Unterschied. Sie sind auf jeden Fall die Ersten, die so ein offenes Development haben. Das hat bis jetzt noch keiner gemacht. Zumindest nicht in der Größe, ne? Also, vielleicht irgendwie, welche kleinen Indie-Developer, okay. Ähm, die, die ein offenes Development mit ihren, äh, Dev-Blocks und, et cetera, haben. Aber, äh, in so einer Größe, ähm, für einen, ich sage jetzt einfach, wirklich, äh, eigentlich Triple-A-Titel. Ja, genau, der Trade selber würde, hält über was andere, genau, der Trade selber würde, aber dieser Interaction-Prompt, dass der halt kommt, weil der ist ja eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, ähm, dem Hector angehangen, dass mit ihm interagiert werden kann, weil da müsste ja quasi, äh, gesagt werden, dass der Proxy-Interactable ist. Also, ähm, die werden ja jetzt nicht auf alle möglichen Details und jedes mögliche, äh, Ding da eingehen und was kann der Proxy, was kann der Proxy nicht, ne, ähm, ist ja auch zum eigenen Schutz wahrscheinlich so ein bisschen, aber, äh, schon interessant. Also, man kann auf jeden Fall ein paar Gedanken anstellen. Bottleneck, ja, wobei ich mir auch so denke, Bottleneck, also mittlerweile, ähm, sollte doch möglich sein, dass man weiß, welche Server sind in welcher Region miteinander, ähm, gerade am, sag ich mal, kommunizieren und hat einen Replicator für die zwei Server. Äh, genau, das ist ein nicht optimisierter Replicator. Also, der müsste ja horizontal skalierbar sein. Normalerweise. Im, in meinem, also, in meinem Kopf sollte man das horizontal skalieren können eigentlich. Sodass die Clients genau wissen, an welchem Replicator, also, wenn ich Server A und Server B zum Beispiel hier hab, hab ich einen, äh, Replicator A, B, wo die Clients quasi dranhängen, die an diesen Servern sind. Und dann gibt's quasi, ähm, noch einen, äh, Replicator zwischen, äh, B und C, dann hast du einen BC Replicator, dann hast du vielleicht noch einen AC Replicator, et cetera. Also, sowas hin. Also, jetzt, ganz, ganz dumm und stupide gedacht. Ne, und so hättest du halt quasi ein horizontales Ding und könntest halt so ein bisschen aufsplitten. Was es aber nicht besser machen würde, wenn jetzt auf einem Server 500 Leute wären. Das ist dann wiederum ein anderes Ding. Mhm, exponentielle Zunahme an Daten, die mehr Server miteinander verbunden sind. Das ist wahr. Also, hier werden, ähm, die Daten, die ihr hier an den Server schickt, werden auch an den Server geschickt, werden auch an den Server geschickt. Also, du hast hier quasi dreimal, ähm, dieselben Daten, die, weil diese Clients hier damit verbunden sind, an diesen Servern hier verursachen. Ähm, es ist halt mehr Datenload für die Server an sich Ding ist, die sind halt direkt miteinander, also, hoffe ich zumindest, die sind halt direkt miteinander verbunden. Nicht so die Clients. Die Clients, also, äh, Peer-to-Peer, ist halt nochmal was anderes, weil, ähm, die Server sind halt wahrscheinlich direkt miteinander verbunden. Die sind vielleicht sogar, wenn das, wenn das, äh, V-Server sind, sind die sogar auf einer Hardware-Kiste. Das heißt, da macht es vielleicht gar nicht so viel aus, ob da jetzt wirklich dreimal, äh, dreimal so viele Daten geschickt werden. Das wäre halt das Ding. Klar, du hast halt unnötig Datenfluss. Theoretisch. Ne? Ähm, oder dieselbe, ne? Also, hättest du hier jetzt was Zentrales, müsste halt nur ein Server dem Zentralen das schicken, und der könnte das halt an die weitersenden. Ähm, so verschickt halt ein Server dreimal Sachen. Ja. Muss man, muss man halt gucken, ne? Irgendwo muss man halt die Abstriche machen. Also, das ist schon wirklich, das sind viele Daten, die da, die da fließen. Weil der Server selber kommuniziert ja mit anderen Servern eigentlich genau diese Daten, ne? Also, was quasi bei ihm gerade abgeht. Also, welche Nodes er hat, et cetera. Weil der andere Server muss das ja auch sehen. Weil wenn ich auf einem anderen Server bin und ich gucke quasi über die Border, sage ich halt einfach hinweg auf so eine Node drauf, muss ich die ja sehen können. Ne? Dass da so eine Node ist. Das heißt, die kommunizieren das und sie kommunizieren das noch zusätzlich zu diesen Services. Jetzt ist aber die Frage, dadurch haben sie trotzdem einen Bottleneck geschaffen oder einen gewissen Failure Grad, weil, was ist, wenn so ein Microservice abschmiert? Außer, die Microservices sind sind halt redundant, aber dann sendest du ja noch mehr Daten. Das ist, äh, das ist interessant. Also, das ist wirklich, das ist sehr viel Datenfluss. Jetzt, nur unter den Servern, deswegen finde ich das vielleicht wirklich gar nicht so kritisch. Wenn das halt nur unter den Servern ist und die Servern sind sowieso immer direkt angebunden und hier fließt nix großartig zum Client, ähm, dann, ähm, hast du, also, äh, dann hast du trotzdem extrem gute Zeit. Gehe ich schwer davon aus. Ja, muss man, muss man halt gucken. Wenn man Microservice abschmiert, gibt's die Funktion halt nicht mehr. Ja, kannst du keine Socials mehr benutzen oder kannst keine Gilden-Funktionen mehr benutzen, weil es kann halt passieren, dass dann mal dieser Social, äh, Microservice abschmiert und du dann plötzlich keine Gilden-Nachrichten mehr schicken kannst, keine In-Game-Chat-Nachrichten mehr schicken kannst. Die Upside davon ist natürlich, dass alles andere aber weiterhin funktioniert. Das heißt, du kannst vielleicht keine Nachrichten schicken, aber du kannst trotzdem noch ganz normal das Spiel weiterspielen. Das ist auch was Neues. Das ist halt auch was komplett Neues. Weil, äh, in den meisten Spielen ist das, glaube ich, nicht an Microservice gekoppelt. Das heißt, wenn der Chat down ist, ist der Server down. Weil irgendwas, also, äh, sag ich mal, in dem Falle, sie können auch nicht einfach sagen, ähm, wir reparieren das jetzt mal oder sie lassen halt den Server laufen und der Chat ist down. Aber sie können halt den, sie können es nicht im Hintergrund reparieren, weil dafür müsste der Server offline genommen werden. Also, wenn ich eine Sache sagen kann, dann, Monitoring ist einfach das A und O. Es muss, es muss ein richtig insanes Monitoring herrschen, damit du überhaupt kannst die Sache betreiben, wie sie heute so da in der breiten Welt existieren. Äh, ohne Monitoring nix los. Also, bei niemandem. Ähm, deswegen, äh, finde ich auch gut, äh, dass sie halt sehr viel Wert darauf legen, dass sie auch alles monitoren können. Auch wenn man sich dann so ein bisschen vorkommt, wie halt, äh, bei George Orwell oder, äh, hier Saurons Auge, aber ich, es macht halt einfach eine bessere Spieler-Experience aus. Dadurch hoffe ich auch, dass es halt, äh, dass weniger Leute sich irgendwie darüber beschweren und dass es sehr viel schneller Fixes gibt für, äh, irgendwas, was kaputt gegangen ist. Ne? Wenn halt alles gemonitort wird und man weiß, wann etwas kaputt ist. Und vielleicht sogar, wie es kaputt gegangen ist. Mir wäre es jetzt auch nicht bekannt, dass irgendein Spiel Dynamic Gridding benutzt. Also, dass die wirklich in Real-Time-Server aufsplitten können. Die spawnen einen zweiten Server dazu, maybe, aber dass die einen Server aufsplitten können, dass er sich dann so verhält wie drei verschiedene, äh, also drei unterschiedlichste Server. I don't think. Wobei, ja, ich glaube, die haben gemeint, die Grenzen können sich verschieben, ne? Zwischen zwei Servern. Ja? Da wäre er dann aber das Ding, da hättest du ja dann, sagen wir, also die, die, die sitzen so aneinander und dann verschiebt sich das entweder nur nach rechts oder es verschiebt sich nach links. Aber es wird nicht plötzlich gemacht, dass, ähm, sag ich mal, äh, noch ein Dritter dazu kommt. Also, ne? Dass du dann sowas hast, wo hier Server A ist, hier Server B, aber in der Mitte ist Server C. Oder? Also, das hier ist ja wirklich, also, die könnten auch so einen Cutter dadurch machen und dann würde hier Server A und hier Server B entstehen. Das wäre halt mein Guess. Also, dass halt wirklich das Dynamic Gridding halt wirklich ist, du kannst halt, ja, dynamische Grids halt erstellen und wenn hier nur drei Personen drin sind, dass du hier quasi die drei Personen zum eigenen Server machst und den Rest quasi als eigenen Server lässt oder die, die fünf hier quasi einsperrst und die anderen sind alle in einem Server oder die dann nochmal aufteilst, also hier den Server nochmal aufteilst und hier nochmal aufteilst, dann wäre es so, Dynamic Gridding wäre was Unikes, weil das, wie gesagt, also das habe ich so auch noch nicht gehört, dann wäre das wirklich unik, wenn du wirklich dynamisch aufteilen kannst und das nicht prädefiniert ist, ob das jetzt ein Server wird oder nicht, sondern wirklich halt eine, ja, ist halt dynamisch. wahrscheinlich in 2D das Ganze zu machen ist schon extrem komplex. Deswegen kann ich es verstehen, wenn man sagt, okay, wir haben hier ganz viele Objekte und das schon, das an sich ist auch schon ein richtig krasses Ding, wenn jedes Objekt zu einem eigenen Server werden kann, also jeder Objektcontainer zu einem eigenen Server werden kann, der quasi die Objekte darin handelt. das ist auch schon ein heftiges Ding. Safe. 100%ig. Das ist nicht weniger geil wie das da. Ich bin gespannt, was sie jetzt gleich sagen, was ihr Ansatz ist für das besser zu machen, ob sie überhaupt einen Ansatz haben. Das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall interessant, aber ich hätte jetzt auch gerne gewusst, es steht Large Scale Bot Test. Wie groß Large Scale war der denn? Wie groß, wie viele Bots sind denn da rumgelaufen? Das würde mich jetzt dann, das hätte mich doch interessiert, so. Das werden sie aber wahrscheinlich, das werden sie wahrscheinlich nicht sagen. Sie sind auch jetzt immer um Zahlen so leicht so drumrum geschwommen, wie viele Spieler sie jetzt wirklich am Ende unterstützen wollen. Aber na gut, kann man verstehen. Ist ja noch alles im Aufbau, noch alles einfach. Eigentlich ein ganz einfaches Tour of Worlds. Wird er gehittet, kommt er rein, wird er nicht gehittet, kommt er raus. Ist eine sehr simple und gute Idee, würde ich behaupten. Und das wird auch extrem viel einsparen, wenn man Sachen, mit denen nicht interagiert wird, einfach nicht repliziert und sagt, ja, die sind da jetzt. Gut, Moving Stuff, ne, also, man redet, ich denke, man redet hier jetzt immer nur um Sachen, die halt stillstehen, die sich nicht bewegen, weil bewegende Sachen wären wahrscheinlich nochmal was anderes. Aber quasi stillstehendes Zeug, who cares? Also, das braucht ja nicht repliziert zu werden, wenn es sich eh nicht verändert oder keiner damit interagiert. Also, gute Idee. Also, wenn man jetzt sagen muss, also, nichts ist impossible. Also, wirklich, dass dort, wo es aufhört, möglich zu werden, ist bei der Hardware. Dort hört es auf, möglich zu werden. Aber softwaretechnisch, würde ich jetzt mal behaupten, ist nichts im possible. Das hängt alles quasi an der Hardware. Die Hardware limitiert das, was du auf der Software, was du auf der Softwareseite machen kannst. Und nicht anders darum. Wenn es jetzt nicht rein für Ashes gemacht wäre, dieser Network-Stack, und sie jetzt noch hingehen und den Extra-Step, also, nachdem das Game natürlich draußen ist, das würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen, jetzt zu machen, aber wenn sie den Extra-Step gehen und das quasi als allgemeinen Network-Stack anbieten würden, für MMOs, holy shit, können die Asche damit machen. Also, das wäre wirklich, ähm, das, äh, da liegt ganz viel Geld. Da liegt wirklich ganz viel Geld. wenn es nicht, äh, also, wenn es geht, das quasi allgemeingültig, äh, diesen Stack aufzuziehen. Man muss dazu sagen, ne, also, Multithreading, Hut ab, Multithreading ist halt so ein, so ein Biest, wirklich ein heftiges Biest. Du kannst viel damit machen, es kann dir sehr viel in puncto Performance einsparen, aber holy shit, wer mal selber Multithread, äh, also, Multithread programmiert hat und damit gearbeitet hat, das ist jetzt nicht so ein Ding, dass man einfach sich so aus dem Arm geschüttelt und dann funktioniert das. Da muss schon einiges an Gehirnschmalz reinfließen, damit sowas gemacht werden kann. Was vorher Single-Threaded war, danach im Multithreading-Szenario zu haben. Welches MMO und vielleicht gehe ich noch sogar allgemeiner, welches Game geht hin und sagt sich, das will mein Game erreichen und jetzt gehe ich hin, anstatt Standard zu holen und das Ganze in Unreal Engine irgendwie durchzuboxen, nehme ich einfach das fucking Geld in die Hand und mache mein eigenes Zeug. das ist schon ewig, wirklich ewig nicht mehr so in diesem Maße in der Gaming-Industrie passiert. Da bin ich mir relativ sicher. Die meisten gehen hin, nutzen ihre Engine noch für ein fünftes Game, noch für ein sechstes Game, haben eine eigene Engine, haben damals eine eigene Engine für sich entworfen und nutzen die dann einfach für 20 Jahre lang und fassen die nie wieder an. Und das finde ich, das finde ich schade, das finde ich schade, wenn du schon was eigenes baust, dann geh doch auch hin und improve daran und geh nicht hin und sag okay, jetzt drehen wir unser Game so, dass es mit der Engine, die wir haben, noch funktioniert. Und deswegen, ich bin ein großer Fan davon, wenn halt weiterentwickelt wird, wenn halt Sachen entwickelt werden und die Menschheit auch irgendwo, also gerade Gaming-Industrie halt irgendwo weiterkommt und nicht quasi dieselben Cash-Crab-Games wie schon seit zehn Jahren wieder raushaut. Zum Beispiel nächstes Jahr kommt Monster Hunter Wilds. Ist dieselbe Engine wie Monster Hunter World, wie Monster Hunter Rise. Ähm, es ist genau dieselbe Engine und ich würde schon fast daran wetten, dass an dieser Engine grundlegend nichts verändert wurde. Deswegen hoffe ich, dass wenn das Game rauskommt, wir keine Performance-Probleme bekommen, nur weil die Engine alt ist. Wenn er wirklich delivert und wir jetzt eine Alpha 2 bekommen, die wirklich eine Alpha ist und wo man wirklich den Progress über das Jahr hinweg sieht, dann eine Beta bekommen, dann noch eine Beta 2 bekommen und sich wirklich keiner von dem Spiel abwendet. also keiner im Sinne von, dass die halt irgendwie Müll gebaut haben und sich irgendwo nicht dran gehalten hätten oder was weiß ich was nicht gemacht hätten, was sie halt immer gepredigt haben, dann finde ich es gerechtfertigt, wenn er sich dann hinstellt nach so einem Produkt und bei Release sagt, das ist das Game, wo ihr nicht ready dafür seid. Und da würde ich ihm zu 100% zustimmen für alle die, die nicht die ganze den ganzen Development Prozess durchgemacht haben und dieses Game vor die Nase gesetzt bekommen, weil die werden definitiv nicht ready sein für das, was dann Ashes ist. Also, was sind die Fords? Was sind die Fords dahinter? Auf jeden Fall geil. Also, ich finde es, auch wenn es im Endeffekt, sage ich mal, wenn es sich nachher jetzt nicht so krass herausstellt oder beziehungsweise sich nicht so krass anfühlt, weil man halt einfach denkt, was steckt da dahinter? Das brauche ich nicht zu wissen, ich will das Game spielen. Aber ich finde, jedes Mal, wenn solche technologischen Errungenschaften gemacht werden, und das ist das hier, definitiv, sollte man dem Ganzen halt Kudos geben. Und wie gesagt, ich finde es super. Also, ich finde es wirklich gut. Ein paar Fragen werden da auf jeden Fall noch, wie wir schon diskutiert haben. Die größte Frage aber wäre wahrscheinlich, wie viele Spieler waren es denn jetzt? Wie viele können denn jetzt gegeneinander fighten? Da wurde mal 200 gegen 200 gesagt, ich weiß, dass 500 gegen 500 mal im Raum stand. Wie viele sind es denn jetzt am Ende? Wie viele können wir, mit wie vielen Leuten können wir uns gegenseitig auf die Birne hauen? Das wäre eine Frage, aber wahrscheinlich kann das halt noch nicht beantwortet werden, noch nicht in vollem Umfang. Muss, gehe ich schwer davon aus, in der Alpha 2 auch ausgetestet werden. Wenn sie dieses Dynamic Grading dann auch mit drin haben, dass das alles so passt, wie es passen soll. Aber nice. Wirklich, wirklich, wirklich nice. finde ich gut und würde ich auch sehr vielen anderen Game Entwicklern einfach ans Herz legen, hört auf euch auf andere Companies zu stützen, die irgendwelche Standardsachen rausbringen und die dann zu benutzen. Also hingehen zum Beispiel, Nvidia macht Raytracing, Unity baut es ein und ihr nutzt es einfach. Ohne vielleicht selber mal zu gucken, wie funktioniert das Gedönscht ist vielleicht, wie kann unser Game vielleicht davon sogar performance-mäßig profitieren, brauchen wir überall Raytracing, können wir vielleicht sogar irgendwelche Gebiete rausnehmen für Raytracing oder was weiß ich, einfach an den Performance zu drehen und nicht zu sagen, hier habt ihr ein Game, das hat Raytracing, macht es an und das Game funktioniert für euch nimmer, weil eure FPS genau auf Null sinken. macht sehr viele Spieler sehr, sehr dolle sauer, weil das meiste dann nur für Konsole irgendwie funktioniert. Ich bin froh mit meinen 784 Plugins. Ja, also es ist wirklich so, die Spieleentwickler sollten sich mal wieder Gedanken machen, so wie es am Anfang von dieser Präsentation war, sich Gedanken zu machen, was will ihr Spiel überhaupt, was muss es können, wo liegen die Bottlenecks, die das Spiel umgehen muss, wo vielleicht neue Technologie dafür beschaffen werden muss und dann nicht zu sagen, na gut, da müssten wir jetzt ein Jahr länger dafür entwickeln, das passt nicht ins Budget rein, deswegen machen wir das einfach nicht. Jungs, im Ende sind es die Leute, die das Spiel euch abkaufen sollen und nicht eure Shareholder, die euch das Geld geben, hoffe ich zumindest, dass so öfter jetzt mal ein bisschen gedacht wird, weil es werden auch immer mehr Leute im Internet, das kann ganz schön nach hinten losgehen, wenn man die Leute verarscht. Aber gut, ich bin halt überzeugt von dem Projekt und deswegen wollte ich halt unterstützen, ich habe die 100 Euro nicht extra ausgegeben, um bei der Alpha dabei zu sein, ich habe die 100, na gut, es waren mehr als 100 Euro, es waren glaube ich 500, weil ich halt schon auch bei Alpha 1 dabei war, aber ich habe die halt ausgegeben, weil ich unterstützen wollte. Ich mag solche Sachen, also ich mag, wenn es technisch, technologische Advancements gibt, dann unterstütze ich das, da bin ich voll dahinter. Da ist mir auch kein, da ist mir auch normalerweise kein Geld zu schade. eine Alpha 2, das ist keine Beta, das ist, also, das ist, das wird ein roher Test sein. Und wenn da Sachen, wenn da quasi gewiped werden muss, dann ist das so, wenn das Server mal für eine Woche offline sind, dann ist das so, wenn die mal für einen Monat offline sind, dann ist das genau so. also, ich hoffe, keiner hat die, äh, hat das Mindset, das Persistent Mint, die sind 24-7 erreichbar und ich kann da einfach spielen. Weil, ähm, das, äh, also ich, naja, also ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Aber gut. Gibt auch einige, die denken, Alpha 2 wäre halt schon ein fertiges Spiel, also von da aus, man darf sich überraschen lassen, ne? Hat die Leute halt so denken. Da gehöre ich definitiv nicht dazu. Ich habe das, ich habe Alpha 1 gespielt, aber ich habe, glaube ich, nur, äh, nee, ich hab eigentlich gar nichts gemacht. Alpha 1 war ja eh NDA, soweit ich weiß. Ähm, und ich, im Forum bin ich halt auch nicht wirklich unterwegs. Ich guck mir halt immer die Livestreams an. Wahrscheinlich wird ich da leider nicht dazugehören, aber wenn der Zufall einen trifft, ne? Und wenn das, äh, Vocal NDA dafür fallen sollte und ich dabei gewesen bin, dann wird es hier auf jeden Fall, äh, Nachricht dazu geben. Hundertprozentig. Dann werde ich ein bisschen was berichten, aber, ähm, da ist wahrscheinlich, also ich werde zu diesen zufälligen 500 Zellen, wenn dann überhaupt. Äh, leider. Aber naja. Hm? Man kann nicht immer, überall dabei sein, äh, jede Hochzeit tanzen ist nicht möglich. Okay, das heißt, äh, sie haben schon, äh, sie sind schon in der Bugfix-Phase. Was impressive ist, das würde bedeuten, dass das wirklich so stabil ist, dass man schon quasi Bugfixes angehen kann. Was dann auch wiederum Sinn macht, wenn sie das jetzt abgeschlossen haben und vielleicht sogar, ähm, schneller abgeschlossen haben, als sie das antizipiert hatten, können, dass sie wieder die Alpha-2-Keys aufmachen. Dass dann wieder mehr Leute reinkommen können, wenn diese Bugs bei dieser Server-Machine-Technologie zum Großteil ausgemerzt wurden. Aber man wird bestimmt trotzdem noch welche in der Alpha-2 sehen und kennenlernen. Da braucht man sich, glaube ich, nicht mal groß Sorgen drum zu machen, die ganzen Größeren und wahrscheinlich wird da auch Intrepid dazugehören. die werden sich Sonderkontrakte machen. Da wird, da wird man drauf abzielen, dass man sowieso immer, keine Ahnung, wie viele Server einen Realm hat, aber dass man halt diese Masse an Servern sowieso zur Verfügung hat und wahrscheinlich, das werden ja keine Hardware-Server sein. Das wird alles, wie er schon sagt, in der Cloud oder sonstiges, das werden wie Server sein. Also, da braucht man sich, glaube ich, keine Gedanken drum zu machen, dass das irgendwie extrem viel kosten sollte. Und wenn, müssen sie sich ja schon Gedanken da drum gemacht haben und hätten wahrscheinlich schon längst gesagt, ja, Beuys, das lohnt sich nicht, wenn wir das so machen. Da bin ich mir relativ sicher. Also, kann ja auch sein, dass nachher, äh, im Endeffekt, die, sie sagen werden, ähm, okay, wir haben jetzt festgestellt, kostet vielleicht doch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr, wir müssen den Sub-Fee von 15 auf 20 erhöhen. Das können sie ja immer noch machen, das Game ist ja noch gar nicht draußen. In dem Sinne, dedizierte Cloud und, ähm, Shared Cloud. Also, das ist, das sind so die, die zwei Begriffe, Begriffe, die, die dort, sag ich mal, rausfallen. Die Shared Cloud ist quasi, wo alle User gleichzeitig drauf sind, was er jetzt gemeint hat, also, zu Testing, Zwecken, etc., pp. Die brauchen, die haben ja keine Produktionsumgebung. So, im Moment noch, ne? Also, da, da hängt noch kein Geld da dran, sag ich jetzt einfach mal, ne? Außer die Leute, die halt ihren Key für Alpha 2 gekauft haben, die so dumm waren und dieses Geld dafür ausgegeben haben, inklusive mir. Ähm, deren Geld hängt da dran. Aber gut, die wissen, worauf sie sich eingelassen haben, im Normalfall, hoffentlich. Also, ich hoffe, für alle, die einen Key gekauft haben, dass sie wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Ähm, die wirkliche Umgebung brauchen die ja erst, wenn das Spiel wirklich launcht. Das bedeutet, ne dedizierte, sie werden sich selber Kisten, äh, äh, nehmen, sie werden selber dediziert irgendwo was haben und nicht von, dem, ähm, dass das quasi in so einem Public-Bereich drin ist, so, dass andere da auch noch mit, äh, irgendwelche performance-mäßigen Sachen klauen können, etc. Übrigens, sehr lustig, das war das, was die Leute erfolgreich gemacht haben, indem sie Geld in die Hand genommen haben und haben das auf den Tisch gelegt. nicht jedes große Unternehmen ist plötzlich groß geworden, weil es sich gedacht hat, ähm, ich, ich hab, äh, äh, in einem Hinterzimmer den geilsten Titel der Welt erstellt. das ist wahrscheinlich in den, in den wenigsten, äh, in den Fällen der Fall. Deswegen, nimm das Geld in die Hand, leg's auf den Tisch und sag, ich mach das jetzt. So. Und wenn du das nicht kannst, ist das völlig fein. Aber, äh, dann mach's nicht auf Kosten deiner Spieler. Dann sag nicht, ich kann das nicht machen, aber, äh, das Game kostet trotzdem 100 Euro. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und ich konnte zumindest, ähm, beweisen oder aufzeigen, dass ich ein wenig Knowledge in diesem Bereich habe und ihr vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazugelernt habt. Ich hab auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich hab auch wieder viel Night, äh, White Night gespielt, äh, wie man das so schön sagt. Ähm, aber es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall sehr interessant. Sehr, 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 sehr fucking interessant. Und ich bin echt, echt gespannt, mit wie vielen Spielern wir denn jetzt rechnen können. Pro Realm und dann auch pro Server. Und wie groß die Siege Battles werden können. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Gucken wir mal, ne? So, Nachaufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und, äh, wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so, dort, dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen und, äh, vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, äh, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und, ähm, ich freu mich drüber. Dankeschön. Und, äh,